Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Blackrock-Liste steht an. Ich habe sie einige Tage angeteasert und jetzt werden wir uns mal kurz die Zeit nehmen. Wir werden mal schauen, was Larry Fink und seine Leute so einkaufen, beziehungsweise wie man darauf kommt, dass man jetzt plötzlich in deren Liste gucken kann. Ja, wir werden das Ganze mal aufklären. Und ihr seht, der Wetteinsatz ist eingelöst, Freunde. In dem Sinne, starten wir nach dem Intro. Ja, Freunde, Larry Fink und Blackrock sind die letzten Wochen, Monate ja immer mehr in Erscheinung getreten und haben sich mittlerweile pro Krypto aufgestellt. Was da der innere Antrieb ist und warum sie plötzlich ihr Mindset scheinbar komplett geändert haben, nachdem sie Jahre zuvor immer eher ablehnend waren, das wird ihr Geheimnis bleiben. Uns soll es egal sein, wir freuen uns über den Bitcoin-ETF, der vor allem von Blackrock angeführt wird und unglaublich viele neue, vor allem institutionelle Kunden gefunden hat. Und dementsprechend sieht es auch sehr, sehr gut aus für den Bitcoin-Kurs. Ich habe gestern gerade gelesen, nur noch knapp 1,7 Millionen BTC, die überhaupt auf allen Börsen zusammengerechnet überhaupt noch verfügbar sind, also noch zum Verkauf stehen. Was meint ihr, wenn bei Binance und Co. plötzlich keine BTC mehr handelbar sind? Was dann für eine krasse Verknappung entsteht. Also an alle Bitcoin- und Kryptohodler, das Jahr 2024 hat gute Vorzeichen und wir tauchen gleich direkt ein in die Thematik und ich zeige euch die Liste. Ganz kurzer Hinweis für alle, die es vielleicht verpasst haben. Ihr seid vielleicht, gerade ohne dass ihr es wisst, im Besitz der neuen Saga-Token. Binance haut einen neuen Layer-One raus mit dem Namen Saga und es gab einen unfassbar umfangreichen Airdrop. Ich habe das Ganze auch nur am Rande verfolgt, aber falls ihr schon länger dabei seid, schaut doch mal in euer Wallet. Vielleicht habt ihr einen solchen Token. Aktuell, ich blende es hier nochmal ein, ich weiß nicht, wann ich das Video geschnitten bekomme, aber aktuell wird er gerade bei 7 Dollar gehandelt. Unfassbar. Und es gibt wirklich viele Zielgruppen, die daran teilnehmen können. Zum einen Binance Launchpad Teilnehmer, die konnten durch das Staking von BNB und FDUSD in den letzten 4 Tagen Saga-Token sammeln. Dann all diejenigen, die am Saga Binance Launchpad mitgemacht haben und dort ihre Daten angegeben haben, sprich KYC durchgezogen haben, kriegen ebenfalls was vom Airdrop ab. Und ihr seht hier viele, viele weitere Kriterien. Also bevor ihr das alles im Detail anschaut, guckt am besten mal kurz in euer Wallet, lockt euch mal eben ein bei Binance. Und solltet ihr Saga Token haben und sie durch den guten alten Alex entdecken, ja, dann lasse ich mir gerne von euch einen Kaffee sponsern in Form von einem Saga-Token. Sagt einfach nur Bescheid, Freunde. Nein, Scherz beiseite, guckt unbedingt mal rein. Ich hoffe darauf, dass ihr daran partizipiert und dass ihr dementsprechend ordentlich abgreift. Das lohnt sich wirklich. Ja, starten wir direkt mal rein. Diese Liste ist in den letzten Wochen so ein bisschen viral gegangen bei Twitter. Und zwar hat wohl irgendein findiger User mithilfe des Blockchain-Projekts Arkham, ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, von Arkham, ist quasi so eine Art Auflösungstool der Blockchain. Arkham ist in der Lage, gewisse Adressen zu tracken und alles, was davon abgegangen ist, eben zu tracken. Können dann quasi alle Transaktionen abbilden, können dann zeigen, wohin was gegangen ist und die können daraus, glaube ich, auch so eine Art Diagramma stellen, sodass man dann eben ganz schnell, ganz oberflächlich sehen kann, wo ist was hingegangen. Und wenn man natürlich eine einzige Adresse hat, in diesem Fall haben sie, glaube ich, als Ausgangspunkt die Bitcoin-Adresse vom Bitcoin-ETF, dann hat man natürlich diverse Möglichkeiten, um dann auch wirklich alle anderen Projekte, die man so sich angelacht hat, eben irgendwie zu tracken. Und genau das haben sie gemacht. Ob das Ganze legit ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe Arkham selber nie benutzt. Ich kann euch nicht sagen, inwieweit es überhaupt irgendwie eine öffentliche Adresse bezüglich Bitcoin und BlackRock gibt, sodass man überhaupt den Startpunkt hat. Aber es liegt auf jeden Fall so, als würde da was dran sein, denn ich habe jetzt kein großes Dementi im Netz gelesen und es gibt mehrere, die diese Liste geteilt haben. Im Prinzip geht es hierbei um Real World Assets. In einem meiner letzten Videos habe ich sehr umfangreich darüber mit euch gesprochen. Für alle, die es das erste Mal hören, schaut euch unbedingt das Video dazu an. Ich glaube, neben dem Meme-Corn-Hype, den wir gerade erleben und vielen anderen Hypes, die noch kommen werden, wird auch dieses Thema Real World Assets, das Tokenisieren von Vermögenswerten, eine elementare Rolle für die Zukunft spüren und vielleicht einer der Game Changer und Hauptnutzen der Blockchain sein. So, jetzt genug geredet. Gucken wir doch direkt mal rein. Es gibt nämlich ein Video dazu und das will ich jetzt mit euch abspielen. Und wir werden natürlich stoppen und uns gleich mal die ersten Projekte anschauen. Und die habe ich auch mal vor euch aufgerufen, dass wir mal so einen groben Überblick bekommen, wo kann man die denn jetzt kaufen, wenn man aktiv werden wollen würde. Ja, ich empfehle euch natürlich immer eigene Recherchen und nicht einfach nur, weil irgendein dahergelaufene Alex oder ein dahergelaufener Cyclop irgendein Video postet oder behauptet, das kommt von BlackRock, würde ich nicht unbedingt mich darauf stürzen, ja, sondern eine eigene Recherche machen. Ich habe es übrigens auch gemacht, sehr umfangreich, diverse Projekte, dazu komme ich am Ende des Videos nochmal kurz, diverse Projekte durchleuchtet und danach dann wirklich mal eine Selektion getroffen. Genauso solltest du das auch tun. Das hier vielleicht mal als Anstoß nehmen und den Rest kannst du dann eben in Eigenregie lösen. So, ich starte das Video mal. Ihr könnt dann direkt mal sehen, wie schnell er da einfach durchscrollt. Kann man natürlich nicht mitkommen. Ich werde das Ganze auch bei mir bei Twitter verlinken oder teilen. Könnt ihr einfach mir bei Twitter folgen und dann habt ihr das ganze Video. Aber wir gehen mal langsam durch. Also, ganz oben sehen wir diese ominöse Bitcoin-Position mit 16,76 Milliarden Wert. Na also, könnte auch sehr gerne mein Wallet sein. Schön wär's. Ihr seht aber auf jeden Fall, danach haben sie noch jede Menge Stablecoins im Wert von 100 Millionen da liegen. Übrigens kein Tether. Das ist schon mal der erste interessante Punkt. Auch die setzen scheinbar eher auf USDC. Also, falls ihr in Stablecoins aktiv seid, ich kann euch nur immer wieder ins Herz legen, euch vielleicht ein bisschen diversifizieren. Nicht nur alles in Tether parken, sondern eben auch in andere Stablecoins, vor allem der Encircle USDC. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Der erste Coin oder das erste Projekt, das wir hier sehen, ist von BigSource und nennt sich UBXS. UBXS ist auch das Projekt, wovon sie am meisten haben. Und zwar im Wert von 44.000 Dollar. Man muss ganz klar sagen, wenn ich BlackRock höre und höre, dass sie auf irgendeine neumodische Technologie setzen, erwarte ich eigentlich mehr als in der größten Position ein 40.000 Dollar Investment. Demnach möchte ich nochmal festhalten, meine Hand dafür ins Feuer würde ich nicht legen, dass das jetzt wirklich BlackRock's Liste ist. Es ist aber wohl tatsächlich, ihr könnt auch hier das Arkham-Logo sehen, es ist wohl tatsächlich zumindest auf diese Bitcoin-Adresse zurückzuführen und dementsprechend tatsächlich in Verbindung. Und die schließen halt daraus, dass es dann eben irgendwie in der Verwahrung ist. Naja, in jedem Fall trotzdem interessant, weil das sind tatsächlich Real-World-Asset-Projekte. UBXS, Real, dann Usch oder Asch, Schi, A-T-H, was haben wir hier noch? Wir scrollen mal ein bisschen durch. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Ether da gehabt, gerade eben. Landex, dann hier nochmal irgendeinen anderen Bitcoin. Auch sehr viele Projekte, die einfach mal gar nichts mit Real-World-Asset zu tun haben. Ist aber wahrscheinlich auch das Ergebnis, wenn Arkham erstmal loslegt und alle möglichen Transaktionen trackt werden, die sicherlich auch ein paar Müll-Transaktionen mit drin haben. Das sehen wir hier teilweise unter 100 Dollar. Das heißt, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr groß berücksichtigen. Ein Haufen Müll, wenn man so will, ich meine das nicht inhaltlich, sondern im Sinne von, ihr Investment, sondern ich denke, das sind irgendwelche Coins, die irgendwie mal auf deren Wallets geschickt wurden oder irgendwie als Crypto-Dust bei denen gelandet sind. Die, die, glaube ich, wirklich relevant sind, sind die bis hierhin, so bis zu diesem Sky. Da sind dann immerhin 3000 Dollar drin. Sieht offengesagt eher aus wie das Portfolio eines Kumpels als das Portfolio von BlackRock. Aber wer weiß, vielleicht akkumulieren sie ja auch. Und wer weiß, vielleicht ist es ja nicht das einzige Wallet, sondern sie haben vielleicht diversifiziert auf verschiedenste Wallets. Das empfehle ich euch auch. Speichert nicht alle eure Coins auf einem Ledger, sondern holt euch im Ideal für mehrere oder sichert nicht alles auf einer Metamask-Adresse, weil wenn die mal leergeräumt wird, ist gleich alles futsch. Versucht euch immer etwas breiter aufzustellen. Ihr habt ja auch nicht euer gesamtes Bargeld und Hab und Gut in einem Portemonnaie, sondern normalerweise habt ihr ein Teil bei der Bank, ein Teil vielleicht im Schließfach, ein Teil im Safe, ein Teil im Portemonnaie und ein Teil sicherlich auf der Kreditkarte, die eure Frau gerade benutzt, während du das Video schaust und shoppt. Kleiner Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Also unbedingt ein bisschen verteilen. Naja, auf jeden Fall sehen wir, die Hauptprojekte, die sie haben, sind UBXS, Real und Ash und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Zu einigen Projekten habe ich für mich schon eine Menge durchgelesen, von daher kann ich euch vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. UBXS ist selbst von der Firma BigSauce, so nennen die sich und BigSauce wiederum ist, glaube ich, wenn ich so die Namen hier sehe, ein türkisches Projekt, also von Entwicklern, die aus der Türkei kommen. Finde ich mal sehr interessant, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Auf jeden Fall scheint das relativ bekannt zu sein in dem Sektor, hat noch relativ überschaubares Market Cap mit knapp 15 Millionen. Das ist sehr, sehr wenig. Wir haben also erst 15 Millionen Market Cap und sind damit gerade mal so eben in den Top 1000. Wenn ihr euch solche Projekte holen wollt, muss man ganz klar sagen, sind wir hier noch ganz am Anfang. Das heißt, die allermeisten Real-World-Asset-Projekte, die gibt es einfach noch nicht auf Börsen. Einige, wie zum Beispiel UBXS, gibt es jedoch sehr wohl und zwar auf Maxi. Wir haben auch gefühlt jeden Coin und auch Gate.io. So wie jetzt neuerdings sehe ich gerade BitGat. BitGat hat also auch UBXS. Ich denke mal, mit zunehmender Bekanntheit des ganzen Themas werden auch immer mehr Projekte überall gelistet sein. Nur, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn die Dinger dann Stück für Stück immer mehr Listings finden und immer mehr potenzielle Käufer finden, dann wird wahrscheinlich auch der Preis steigen und in dem Zusammenhang dann auch das Market Cap. Was euch nicht verwundern sollte, und das vielleicht nochmal ganz wichtig, die Frage kam am letzten Mal, Alex, die Projekte haben ja nur so wenig Ausschüttung an Coins. Bei diesem Projekt ist es nicht der Fall, aber ich habe ja bereits in der Vergangenheit immer einige Projekte gezeigt, und da kam öfter mal die Frage, Alex, warum haben die eigentlich nur so wenig Token im Umlauf? Ist das nicht gefährlich? Und generell hast du erstmal recht. Wenn du sehr wenig Token im Umlauf sind und das Team den Großteil selbst besitzt, dann lauft dir natürlich Gefahr, dass das Team einfach so mir nichts, dir nichts entscheidet, ihren Großteil zu verkaufen und alle Investoren prellt. Das nennt man ein Rug Pull, da wird dann quasi der Teppich unter die Füßen weggezogen, und dementsprechend möchte man das natürlich nicht live erleben. Ich kann euch aber beruhigen, bei diesen Reward Assets geht es ja vor allem darum, dass Werte tokenisiert werden. Und damit Werte tokenisiert werden und der Token, den sie eben anbieten, auch im Ökosystem langfristig genutzt werden kann, können die jetzt natürlich nicht alle schon auf einmal ausgeben und den Hortlern die Möglichkeit geben, die einfach aus dem Netzwerk zu ziehen oder aus dem Kreislauf zu ziehen. Denn wenn ihr investiert, lasst ihr sie im Normalfall auf irgendeinem Wallet liegen und zieht sie quasi raus aus dem Kreislauf. Und dadurch würde ihnen natürlich irgendwann der eigene Token ausgehen. Und ich denke, das wird einer der Gründe sein, warum bei diesen Real-World-Asset-Projekten dementsprechend immer nur so wenig am Markt ist. Also ich denke auch nicht, dass das innerhalb von ein paar Wochen sich ändern wird, sondern Stück für Stück. Zum einen sind viele Projekte neu, das heißt, es gibt Investoren, die haben Vesting, da gibt man so Versperrmodi, dass die nicht sofort rankommen an ihre Investments. Dann gibt es natürlich noch die Tatsache, dass die noch nicht so stark genutzt werden. Wenn die denn stärker genutzt werden, werden wahrscheinlich auch immer mehr eigene Token erzeugen. Und das Einzige, was ich da besonders wichtig finde, ist, macht euch schlau darüber. Was ist jetzt der Hintergrund? Warum sind eben nur, meinetwegen, nehmen wir mal dieses Beispiel hier mit Realio, warum sind hier nur 8%, warum sind die nur draußen? Wo ist der Rest? Und das könnt ihr euch dann auf der Homepage anschauen, könnt euch mal reinlesen, könnt euch da die Tokenomics anschauen und da werdet ihr in der Regel fündig. Und da sind wir schon beim zweiten und ich glaube auch einem der bekanntesten Projekte, und zwar Rio, Realio Network. Rio besteht im Prinzip aus zwei Seiten. Zum einen hat man da eben die Möglichkeit, Vermögenswerte zu tokenisieren und zum anderen haben sie auch direkt eine dezentrale Exchange gebastelt. Das Projekt ist unabhängig von BlackRock sehr, sehr interessant und ich würde euch empfehlen, das auf jeden Fall anzuschauen. Ich denke, wenn man in diesem Thema Real World Assets aktiv ist, wird man hier nicht drum herum kommen und Rio empfinde ich als eines der potenzialreichsten Projekte in diesem Sektor. Und dann haben wir noch das Projekt, das war hier in dem Video, glaube ich, auf Platz 3. Wir sehen es hier, Asch oder USH und das hat einfach mal, soweit ich das gerade gesehen habe, gar nichts mit Real World Assets zu tun. Keine Ahnung, warum das da mit drin ist in der Liste. Trotzdem habe ich mal ein bisschen danach recherchiert. Das Ding hat kein Market Cap angegeben, gar kein Volumen. Ich kann mir offen gesagt nicht erklären, warum BlackRock sowas kaufen sollte. Ich vermute, und deshalb muss man sehr vorsichtig sein mit Listen, die man im Internet findet, ich fürchte, dass das hier kein Einkauf von irgendjemandem war, sondern einfach wahllos eine Menge an Truppen an dieses Wallet geschickt worden, um eben einen Promo-Move zu machen oder so. Oder CoinMarketCap zeigt falsche Daten. In jedem Fall würde ich die Finger davon lassen. Ganz egal, was ein roher Diamant dahinter steckt. Soweit ich nicht die Möglichkeit habe, alles genau zu prüfen und vernünftige Zahlen vorzufinden, würde ich euch davon abraten. Ihr merkt also, auch mit Hilfe einer solchen Liste ist einem nicht direkt geholfen. Natürlich hat man jetzt schon mal einen gewissen Startpunkt. Man kann jetzt sagen, hey, ich gucke mal mal dieses UBXS an oder ich gucke mal Rio an oder ich gucke mal sonstige Projekte von der Liste an, weil ich die vorher noch gar nicht gehört hatte und jetzt durch diese Liste das erste Mal kennengelernt habe. Oder Möglichkeit 2, du machst es ja noch einfacher wie viele von euch. Übrigens vielen Dank. Wir haben so einen großen Zuwachs an Patreons wie lange nicht mehr. Ich habe in den letzten Wochen ja einige meiner Projekte, sowohl Real-World Assets als auch im Bereich Meme-Coins auf Base veröffentlicht und habe dazu Listen erstellt. Und hier habe ich meine eigene PDF erstellt aus mehreren Seiten. Ich glaube, da sind sieben oder acht Projekte drin, die ich wirklich ganz genau unter die Lupe genommen habe und euch genau zeige, in welche Real-World Assets ich investiert habe. Das Ganze findest du einfach bei Patreon. Wenn du dir da so ein bisschen Zeit sparen möchtest oder mal sehen willst, was meine Gedanken sind, dann komm doch gerne bei Patreon vorbei. Der Bronze- und Silber-Rang ist seit Ewigkeiten ausverkauft. Seit letzter Woche war auch der Gold-Rang ausverkauft. Ich habe jetzt noch mal 50 weitere Plätze hinzugefügt. 48 sind noch da. Das wird dann auch das Maximum sein. Mehr Patreons kann ich nicht betreuen, weil ich mir auch die Zeit nehmen will, dir persönliche Fragen zu beantworten oder eben auch mal einen persönlichen Zoom-Call mit dir führen. Und das schaffe ich zeitlich nicht, wenn ich zu viele Leute dabei habe. Also, für dich herzlich eingeladen. Komm gerne dazu. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich das Ganze jetzt noch mal für euch frisch reposten. Dann solltet ihr das jetzt bei mir im Twitter-Profil finden. Und dann könnt ihr da direkt mal euch die ganze Liste in Ruhe anschauen. Ja, guckt bei Binance rein, ob ihr den AirDrop bekommen habt. Schaut euch das Video an. Guckt mal die Liste, ob ich vielleicht noch irgendwas übersehen habe. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen zu Patreon. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Freunde. Wir sehen uns morgen zu Zahlen, Daten und Fakten. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao.